Ja, und jetzt drehe ich das dritte Video für das Detektivbüro Observer aus Kärnten und die der Auftraggeber, die Österreichische Apotheke, beauftragt hat, an mir rumzuschnüffeln, zu schauen, wie ich Menschen helfe, dass ich Menschen einfach sage, was ich eigentlich machen würde. Da steht Gegenstand, Zielperson ist Robert Franz. Ich stehe schon lange in euer Visier, aber ihr seid nicht den Stand abzudrücken, sozusagen abzuspritzen. Kriegt ihr keiner hoch, wenn ihr mich seht, oder seid ihr nur neben mir und könnt euch nicht zeigen, wer ihr seid? Ich jedenfalls, wenn ich Menschen gegenüber treffe, sage ich, ich heiße Robert Franz und habe das und das vor. Aber ihr seid ja so, die kleinen Schlüffner, die Detektive schnüffelt rum, sogar wenn Menschen ficken. Und dann, bei mir könnt ihr auch rumschnüffeln, wie ich Menschen helfe. Und ich sage nicht, dass ich Menschen nicht helfe, ich werde Menschen weiterhelfen. Und so wie ich sage, bei mir könnt ihr zuschauen, wie ich nämlich euren Arbeitgeber, die Pharma, schön fick. Nicht F.Bieb, sondern ficken. Denen werde ich seit sieben Jahren schon unterwegs und wir brauchen keinen Fahrer, das ist das größte Geisel der Menschheit. Und hier in Österreich von so Dingen, da ist Detektiv-Observierungsbericht, da steht drin, darf nur im Rechtsverkehr verwendet werden. Was interessiert, ob ich Rechts- oder Linksträger bin, ich fahre nicht in England, ich fahre in Österreich den geradlinigen Weg. Jetzt werde ich es eben links benutzen und euch öffentlich stellen. Was glaubt ihr, für was seid ihr zum Schnüffeln da? Habt ihr überhaupt ein eigenes Leben? Wisst ihr, was Leben bedeutet? Ich helfe Menschen, dass sie vom Tod, ich helfe euren Verwandten, dass sie nicht sterben und ihr tut an mir rumschüffeln. Mach halt weiter. Aber so wie ich sage, und was ihr, das Größte, was ihr geschrieben habt auf euren Bericht da, die sieben Seiten, nachdem ihr tolle Bilder geliefert habt und Antifarma-Seiten von Robert Franz, die sind auch da, die bleiben auch da, die werden immer da bleiben. Wenn ihr nicht mehr da seid, werden sie noch immer da sein. Genau wie mein Mammutbau und da von Grundstück, der ist 3000 Jahre alt, der wird 3000 Jahre alt. Nach 50 Generationen steht er noch immer da, wir Menschen sind weg. Deshalb merkt euch, ich habe ein Rückgrat, alles, was ich mache, mache ich für die Menschen. Da kann mich kein Detektivbüro stoppen, keine Apothekenkammer und keine Ärztekammer von Steiermark. Weil ich für die Menschen da bin und nicht für, ich weiß, Strukturen, die halt Geld verdienen wollen, die Menschenknechten. Und das Tollste, was ich noch geschrieben habe, da steht, anschließend kann zur Observierung gesagt werden, dass er jedem, aber wirklich jedem Patienten die gleichen Mittel verschreibt, dass sich dabei mit Sicherheit, Grenze der Wahrscheinlichkeit, Sicherheit der Wahrscheinlichkeit, um einen Betrüger und Scharlatan handeln. Ich wünsche, die Welt wäre voll mit Betrüger und Scharlatanen wie Robert Franz. Da wird die Welt wie anders aussehen, nicht voll Gift versorgt, vor Vorurteile, sondern mit freien Menschen. Merkt euch, ich bin ein freier Mensch, wer ihr aufbleibt. Viele Grüße nach Kärnten. Tschüss.